Diesen Bericht präsentiert euch Autobrückel, der Dienstleister im Bereich der Mobilität. Kfz-Reparaturen, Paragraf 57, Karosserie, Unfallschäden, Automobile, Nutzfahrzeuge, Busse, Lackierarbeiten von Zweirad, Automobilen, Nutzfahrzeugen, Bussen, Industrielackierungen bis zu Designlackierungen von Helmen. Sandstrahlarbeiten in der 20 Meter langen Kabine ist möglich für Industrie- und Nutzfahrzeugen bei Autobrückel in Riaz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute.